Als Robert 16 ist, stirbt sein Vater. Ach, ich habe meinen treuesten Freund verloren, klagt er. Wer kann ihm jetzt raten, was aus ihm werden soll? Dichter oder Musiker? Keines von beiden wünscht die Mutter und entscheidet, dass er Jura studieren soll. Sozusagen was Rechtes, mit dem man sich sein Brot verdienen kann. Es ist merkwürdig, aber Robert geht ohne Widerspruch auf die Universität nach Leipzig. Dort lernt er bald den berühmten Klavierlehrer Friedrich Wieck und seine Tochter Clara kennen, die neun Jahre alt und ein musikalisches Wunderkind ist. Sie wollen also bei mir wohnen und Klavierunterricht nehmen, Herr Schumann? Ja, bitte. Ja, was Sie mir davor gespielt haben, klang reichlich toll, aber Sie haben Talent. Und deshalb akzeptiere ich Sie als Schüler. Danke, Herr Wieck. Ja, über eins müssen Sie sich im Klaren sein. Ich bin als Lehrer ehrgeizig, streng und konsequent und erwarte von Ihnen diszipliniertes und regelmäßiges Üben nach meiner Methode. Ihre eigenen himbeerfarbenen Tastenergüsse müssen Sie fürs Erste vergessen. Das ist gut. Ein Himbeer und ein Brummbär, die machten mal Musik. Der eine heißt Herr Schumann, der andere Herr Wieck. Das ist gut, Herr Schumann. Gott, Denn es ist dieится. Die Drece ... ... Das ist gut, Herr Schumann.